Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich hier bei mir auf meinem Kanal Seele Luana. Mein Name ist Tina und heute habe ich mir gedacht, ich möchte gerne mal ein Abonnentenspecial machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gemacht habe, aber irgendwie möchte ich mir einen Dank ausdrücken in Richtung meiner Abonnenten und möchte da für euch ein Orakel legen. Lass mich da eben halt recht intuitiv gleich führen, aber es geht schon da um Liebe und Beziehung, weil viele meiner Kunden eben halt in Richtung der Liebe auf mich zukommen. Und von daher weiß ich halt auch, dass viele, viele meiner Abonnenten es um die Liebe geht. Es wird generell nicht für jeden Abonnenten zutreffen, aber vielleicht doch einige. Schaut mal einfach hinein und spürt mal nach, ob es wieder passt. Ja, ich habe hier schon mehrere Orakel-Decks hier liegen und ich werde das sogenannte Beziehungsspiel, nennt man das, hier auslegen. Und dann schaue ich mal, wie du denkst, wie dein Gegenüber denkt, was du fühlst, was er fühlt, wie du auftrittst, wie du dich im Außen zeigst und auch wie dein Gegenüber sich im Außen zeigt. Ja, okay. Ich starte dann halt auch nochmal. Ich wollte nochmal ganz herzlichen Dank sagen an Andrea. Die hat mir hier die ganz tolle Kerze mitgebracht mit Schutzengel. Steht da drauf. Und da habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Ganz lieben Dank, Andrea. Ja, dann lege ich jetzt mal los hier mit dem Tarot. Ich lege erstmal aus und schaue, oder schaue mal, was jetzt hier springen mag, was ich hier zeigen möchte. Hier, wie ihr zueinander steht. Die Karte zeigt sich nämlich dann in der Mitte. So. König der Kelche auf deiner Denk-Ebene. Ach, die Kraft auf deiner Gefühlsebene. Auftreten aus der Stäbe. Jetzt kommen wir zu deinem Gegenüber. Sechs der Kelche bei seinem Auftreten. Das Legesystem geht so. Also nicht wundern, dass ich jetzt unten anfange. Seine Gefühlsebene kommt jetzt. Will er gar nicht preisgeben. Dann will er direkt zwei Karten preisgeben. Mond und fünf der Stäbe. Und jetzt die Denk-Ebene. Ich habe gerade gesagt, das will er nicht preisgeben. Und da ist der Mond gefallen. Das spricht ja total dafür. Also da sind auf jeden Fall schon mal, was ich sagen kann, Ängste auf seiner Seite, was die Gefühle betreffen. Beziehungsweise, wie gesagt, mit dem Mond möchte man da etwas nicht preisgeben. Und mit fünf der Stäbe spricht das eben halt schon von einem inneren Kampf bezüglich der Gefühle. Okay, schauen wir nochmal, was er denkt, wenn er uns das nochmal preisgibt. Da ist es schon. Holla, die Waldfee. Da haben wir fünf der Kelche. So, ich muss das mal eben hier in die anderen Karten beiseite schieben. Und jetzt schauen wir mal, welche Karte euch hier verbindet. Ne, das war zu viel. So viel nicht. Du liebe Güte. Eine reicht uns ja schon. Da ist sie. Vielen Dank. Ui, das große Loslassen. Der Tod liegt hier in der Mitte. Ja, da werde ich auf jeden Fall noch zu klären, was denn da losgelassen werden darf. Ja, weil das ja eben halt die Karte ist, die jetzt quasi euch verbindet. Also ist auf jeden Fall schon mal auf eurer Seite gegeben, dass etwas losgelassen werden darf. Und auf seiner Seite eben halt auch. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, ja, wenn ich mal direkt bei der Karte bleibe, mit dem Tod, ja, das heißt ja auch etwas zu beenden, hinter sich zu lassen, damit man eben halt auch neu anfangen kann. Und da schauen wir mal, was ich da zeigen will. Wie gesagt, ich habe ja noch mehrere Roakel-Karten hier liegen und ich werde jetzt hier auch noch auf jeden Fall klären. Unterm Deck haben wir hier Ritter der Schwerter. Das ist ja hier eine ganz, ganz schnelle Energie. Also hier kann sich in der Tat etwas ganz, ganz schnell zeigen. Auch das werden wir jetzt hier im Laufe des Orakels herausfinden, ja. Auf deiner Denkebene, es kann übrigens halt auch sein, dass das umgekehrt ist, ja. Du musst mal in dich hineinspüren, welche Seite du letztendlich bist. Ich persönlich lege jetzt eben halt erstmal fest, linke Seite bist du, rechte Seite ist er, ne. Aber ich weiß ja auch nicht, wer hier zuschaut, ne. Es sind ja auch ein paar Cross-Watcher dabei. Und also gut hineinspüren, wo du sagst, hm, das kann ich sein, na, das ist wirklich da gegenüber, ne. Also gut hineinspüren. Du hast auf der Denkebene den König der Kelche. Das ist eine Hofkarte aus der Kelch-Reihe. Und der König der Kelche, der gibt letztendlich nicht viel Preis über, ist ein gefühlvoller Mann erstmal, ja. Eine gefühlsvolle Person, ja. Auch hier, König kann eben halt auch Königin sein, ja. Also man könnte glatt sagen, dass du schon eben halt über ihn eben halt auch nachdenkst, ne. Und du eben halt schon weißt, er ist ein sehr gefühlvoller Mann. Aber so wie ich eben halt auch gerade schon sagte, der König der Kelche gibt aber eben halt nicht so viel Preis von sich. Gerade eben halt, was Emotionen betrifft. Passt natürlich schon zum Pendant hier, was auf seiner Gefühlsebene ist. Möchte aber da noch nicht vorgreifen. Wir gehen ja hier Schrittchen für Schrittchen weiter. Und jedenfalls nehme ich hier mit dem König der Kelche auf deiner Denkebene wahr, dass du eben halt ganz intensiv über ihn nachdenkst, ja. Schauen wir mal, was du denn da so nachdenkst. Nehmen wir da nochmal so eine Klärungskarte zu. Was wir da noch genauer wissen dürfen. Über den König der Kelche. Ja, eine Zusatzbotschaft hätten wir noch gerne. Ui, guck mal, es doppelt sich. Haben wir hier die Kraft, die bei dir auf der emotionalen Ebene ist, ja. Und du denkst eben halt auch schon darüber nach, dass du dich irgendwie zügeln darfst, ja. Dass du eben halt dein Denken letztendlich halt auch zügeln darfst. Also mit dieser Karte nehme ich immer so eine Leidenschaft wahr. Hier ist ja auch ein Löwe zu sehen. Und der Löwe ist eben halt auch im Tierkreiszeichen sehr leidenschaftlich, ja. Hier haben wir halt auch die Herrscherin, die von der Venus eben halt beherrscht wird, ja. Da haben wir das Weibliche. Also hier ist eben halt wirklich, hab jetzt, wir kommen ja gleich zu der emotionalen Ebene. Da passt es nämlich dann halt auch. Aber hier halt auch auf deiner Denkebene, ja. Auf deiner mentalen Ebene ist es eben halt auch wichtig, deine Gedanken im Zaum zu halten. Weil die scheinen hier wirklich öfter mal mit dir durchzugehen. Sonst würde jetzt die Karte nicht auf dieser Ebene fallen, ne. Ja, also gerade, ne, es gibt ja diesen Satz, Gedanken werden Dinge. Und das würde eben halt hier gut passen. Also immer wieder gut, was ich meine, gut auf deine Gedanken aufzupassen, ja. Genau. Schauen wir mal hier weiter. Hier haben wir eben halt die Kraft wiederum auf deiner emotionalen Ebene liegen. Obwohl ich, ja, doch, ich bleib mal auf deiner Seite. Ich hatte jetzt gerade gedacht, soll ich da mal rüber switchen, direkt zu seinen Gedanken. Aber wir machen das alles hier schön nach der Reihe, ne. Und also, fahren wir, gehen wir hier weiter mit der emotionalen Ebene, mit Acht der Kraft, ja. Also auch da ist es ähnlich wie bei deiner Gedankenebene. Nämlich Denken verursacht quasi eben halt auch deine Emotionen, ja. Ja, wie ich gerade schon sagte, nicht nur, dass Gedanken Dinge werden, sondern eben halt auch, wenn du, ja, wütend bist, dann bist du eben halt auch in Rage und bäumst dich auf, etc. Ja, also so meine ich das eben halt auch emotional gesehen. Du denkst etwas, ja, indem du zum Beispiel etwas siehst, dann verflüssigen sich eben halt die Gedanken. Da geht so eins Rad ins andere über, ja. Wo du dann eben halt auch auf deiner emotionalen Ebene sozusagen eben halt auch etwas potenzierst und etwas zu, vielleicht zu doll auch aufbaust, ja. Also deswegen heißt es eben halt hier auf der emotionalen Ebene, ja, halt dich da im Zaun, hab dich da im Griff, ja. Ja, man kann eben halt auch genau durch diese, durch diese beiden Komponenten, ne, durchdenken und halt auch emotional überzureagieren. Jetzt habe ich das Wort gefunden, überzureagieren und man interpretiert da eben halt auch Dinge hinein, die womöglich eben halt gar nicht da sind. Also hab dich da bitte echt im Zaun. Auch da möchte ich gerne eine Zusatzbotschaft. Was dürfen wir dann noch wissen? Kriege ich halt also auch schon gute Impulse echt so der Karte 13, der Tod, der in der Mitte liegt, ja. Also diese Wut, diese Emotionen, die da hochkochen, ja, die habe ich schon das Gefühl, dass das irgendwo aus einer ganz anderen Ecke herrührt und wo eben halt was losgelassen werden darf. Aber da kommen wir ja noch zu. Acht, die Kraft auf der emotionalen Ebene auf deiner Seite. Ja, habe ich ja gerade gesagt, ne. Die Mäßigkeit, mäßige dich, ja. Das ist aber auf jeden Fall halt auch eine Heilungskarte, ja. Die Mäßigkeit ist eine Heilungskarte. Und ich hatte ja gerade noch, bevor ich überhaupt hier eine Karte zur Verfügung gestellt bekommen habe von der geistigen Welt, habe ich gesagt, ja, dass es wahrscheinlich dieses Emotionale, was in dir rührt, von einer ganz, ganz anderen Ebene herkommt, ja. Ja, ähm, Elterngeschichte, Kindheitsgeschichte eben halt, ja, generell eben halt verflossene Partner und, 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 ja. Ja, also da rührt das eben halt letztendlich her, aber genau das möchte eben halt geheilt werden, ja. Schau wirklich hin, ähm, beziehungsweise nicht schau hin, sondern höre eher hin, ja, was dir dein Gegenüber zu sagen hat. Und höre eben halt genau, äh, den Worten hin, die er eben halt auch sagt. Und, äh, ich sag jetzt mal, dichte da kein, kein Wort dabei oder reime dir darauf etwas, ja, das, was du eben halt aus deiner Verletzung eben halt heraus kennst, ja. Und das möchte, deswegen ist die Mäßigkeit hier gekommen. Also hier möchte etwas diesbezüglich geheilt werden, nämlich, wie gesagt, dass du deine Emotionen im Griff hast, ja. Genau. So, du trittst auf mit, ähm, oder du zeigst dich im Außen, das gefällt mir eben halt sehr gut, mit Ass der Stäbe, ja. Da möchte, ähm, eine Selbstentfaltung deinerseits stattfinden. Also du bist schon eben halt dabei zu reflektieren und, ähm, eben halt auf dich zu schauen, ne. Wieso geschieht mir das? Wieso hat mir mein Gegenüber das gesagt, geschrieben oder eben halt auch umgekehrt nicht gesagt und nicht geschrieben? Wieso hat er sich eben halt generell so verhalten, wie er sich verhalten hat, ja. Und, ähm, das ist gut. Nämlich nur so kann eben halt hier Heilung eben halt auch geschehen. Und nur so kannst du ja auch begreifen, wo soll ich mich eigentlich im Zaum halten, ne. Und, ähm, was weiß ich wo, ne. Und es ist er, blablabla, also ihr kennt das Ganze. Und, ähm, das ist wirklich super. Das gefällt mir gut. Asse sind ja auch immer die Chancen, die sich ja eben halt auch im Außen bieten. Und das Außen ist dein Gegenüber. Und es gibt nichts Intensiveres als ein Gegenüber, ein Partner, ein Herzensmensch, ein Seelenpartner. Da natürlich ganz besonders in der Seelenpartnerschaft, ja. Da geht's dann ganz, ganz intensiv zu. Ähm, aber, ja, das, ne, das ist so die Ebene, wollte ich sagen, wo wirklich ganz, ganz intensiv gelernt werden kann, aber auch geheilt werden kann, ne. Ja, und gelernt eben halt über dich, äh, also du lernst dich eben halt wesentlich besser kennen. Also wo hab ich mich denn da nicht im Griff? Weder im Denken noch in den Emotionen. Und aber du, wie gesagt, du hast hier das Ast der Stäbe. Und irgendwie weißt du, glaub ich, schon da drunten. Schauen wir mal, was jetzt hier noch eine Zusatzbotschaft, welche Zusatzbotschaft kommen möchte. Mit dem Ast der Stäbe. Welche Zusatzbotschaft bekommen wir da noch? Danke. Schau an, noch eine Stabkarte, finde ich auch super toll. Super tolle Karte, die hier gekommen ist. Sechs der Stäbe. Das ist so Sieg, Erfolg, gute Nachrichten. Ja, ähm, aber in Bezug jetzt halt auch auf dein Auftreten und in Verbindung eben halt mit dem Ast der Stäbe sehe ich das eben halt so. Wenn du eben halt weiter daran arbeitest, an dir zu reflektieren, wo sind denn da eigentlich meine Wurzeln? Was ist da mein Anteil? Und ja, wieso, weshalb, warum passiert mir das, ja? Da wirst du mit Erfolg haben, ja? Da wirst du siegreich voranschreiten können. Finde ich sehr, sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, gehen wir mal zu deinem Gegenüber. Äh, ich fange aber da jetzt hier eben halt auch auf der Denkebene an, weil ich habe ja gesagt, das Legesystem ist eben halt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und die sieben hier in der Mitte. Ja, ja, und, ähm, aber jetzt so beim Deuten bleibe ich natürlich auch erst mal bei der Denkebene. Ja, dein Gegenüber, schau mal hier. Dem geht es aber nicht so gut, ne? Fünfter Kelche. Er hat kummervolle Gedanken in deine Richtung. Ja, und, ähm, er schaut jetzt hier auf drei umgekippte Kelche. Ja, also da scheinen ja mal gute Zeiten zwischen euch gewesen zu sein. Da war Feierlaune, weil drei der Kelche spricht von Feierlaune. Friede, Freude, Eier, Kuchen. Ja, und, ähm, da schaut er drauf. Die sind aber umgekippt. Da sind die Gefühle nicht mehr da. Da sind sie rausgeflossen, das Wasser. Wasser sind Gefühle rausgeflossen, ja. Und er müsste sich jetzt letztendlich umdrehen, weil es stehen noch zwei Kelche. Und die Karte zwei der Kelche ist eine sehr, sehr schöne Karte im Tarot. Da stehen sich eben halt Mann und Frau gegenüber, reichen sich die jeweils einen Kelch. Und das ist dann schon sehr vielversprechend. Und, äh, das ist auch im Übrigen eines, ähm, der Seelenpartnerkarten, zwei der Kelche. Ja, worüber macht sich denn der arme Kerl hier solche üblen Gedanken? Ja, hammermäßig, ne? Ich nehme sie jetzt nicht unbedingt. Aber ich hab, ihr habt ja gemerkt, ich hab gerade angefangen, was fällt hier? Wieder die Karte. Ich lege es ja jetzt mal daneben. Also, der macht sich ziemlich viele Gedanken. Der hat wirklich ganz üble Gedanken. Ich hab noch gar nicht angefangen. Und exakt diese Karte zeigt sich doppelt in den Gedanken. Auweia, was ist denn da los? Oje. Aber, äh, ich, ähm, ich nehme jetzt noch mal eine Karte dazu. Also, das sind dann wirklich schon echt düstere Gedanken. Der hat wirklich sehr großen Kummer in deine Richtung. Was haben wir jetzt hier? Das Rad des Schicksals. Er weiß, hab ich es überhaupt hier richtig rum? Ja, er weiß, ähm, da drum, also, dass drei Kerl hier umgekippt sind und zwei noch stehen. Äh, das weiß er. Und er wird hier halt auch von der geistigen Welt durch Inputs, durch Impulse, egal durch, äh, welche Impulse. Das kann durch, äh, Träume sein. Das können durch Gespräche eben halt auch mit anderen sein. Das können Zeichen sein, die er im Außen wahrnimmt. Womöglich sieht er immer wieder deine Initialen. Ja, und, ähm, ja, und muss dadurch eben halt auch immer wieder halt an dich denken. Und denkt eben halt auch an die Zeit zurück, wo eben halt diese drei Kerl hier auch noch gestanden haben. Und, ähm, ja, irgendwie, wie gesagt, ist ihm schon bewusst, ähm, er ist da irgendwie an der Reihe, ähm, die Kerl hier wieder aufzustellen, irgendwo etwas zu tun, ja. Also, es sind schon mit dem Rad des Schicksals sehr intensive Gedanken, ja. Ja, dann hatten wir hier, habe ich ja schon, äh, was zu gesagt. Dann haben wir hier den Mond und, äh, mit fünf der Stäbe. Also, ähm, irgendwie habe ich so gerade das Gefühl, er hat wirklich ziemliche Angst. Das sind tiefsitzende Ängste. Und, ähm, hier mit dieser Karte fünf der Stäbe ist es wirklich so eine innere Hin- und Hergerissenheit, ja. Von womöglich eben halt, ja, wie stelle ich das denn wieder an, die drei Kerl hier aufzustellen? Ähm, und, dass es wieder gut zwischen uns ist. Was soll ich denn machen? Und, ähm, irgendwo, wie gesagt, ähm, traut er sich eben halt auch nicht so, sich so richtig zu zeigen, aus sich herauszukommen. Ähm, okay, schauen wir noch mal, was da, ähm, noch für eine weitere Botschaft sich zeigen möchte. Auch wenn da jetzt schon zwei Karten liegen. Macht ja nichts. Wir haben ja noch ein Paketchen, ne. Zack, da ist sie. Ach, guck mal hier. Da haben wir die Herrscherin. Also, da sehe ich auf jeden Fall schon mal dich drin. Ja, also er hat dich hier schon auf jeden Fall ganz stark im Herzen. Aber da es hier eben halt auch darum geht, um den Mond und, ähm, mit, äh, fünf, äh, der Stäbe, habe ich aber hier auch mit der, äh, Herrscherin, äh, das Gefühl von, ähm, dass es da irgendwo, äh, ein Thema bei ihm gibt. Weil, wie gesagt, es liegen ja auch die Ängste hier, wo er, ähm, ein Thema mit einer anderen Frau hat. Das kann jetzt, ähm, die, äh, ein Familienmitglied sein. Ja, also, was ich meine, ist eben halt Mutter, Schwester, vielleicht auch die, die eigene, eine, also die, eine erwachsene Tochter, ähm, 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 jetzt ist es hier im Übrigen die Herrscherin, ne. Ihr wisst ja, Switchen kann halt auch hier um eine männliche Person gehen. Aber ich habe irgendwo so das Gefühl, dass er irgendwie rangelt und denkt daran, wir haben den Tod hier in der Mitte, ja, die Karte, die euch verbindet, hat er also auch etwas loszulassen. Und das kann eben halt mit dieser Person hier zu tun haben. Vielleicht fühlt er sich da in irgendeiner Form verpflichtet. Da möchte ich jetzt aber, äh, nochmal eine weitere Karte ziehen. Ähm, zu der Herrscherin. Was will die Herrscherin uns noch sagen? Wer ist denn da noch auf der Gefühlsebene als Herrscherin bei deinem Gegenüber? Da ist die Welt, ja. Okay, das ist auf jeden Fall nochmal eine Karte aus der großen Arcana. Also hier sind schon eben halt wirklich starke Energien, ne. Hier große Arcana, da große Arcana. Hier oben auch große Arcana, ja. Ja, äh, der Mond auch große Arcana und hier sind sogar drei auf der Gefühlsebene deines Gegenübers, ja. Und, äh, irgendwo ist da mit dieser Person noch ein Zyklus nicht abgeschlossen. Ähm, also mir scheint schon, dass die Person ihm irgendwie nahe steht, ja. Ähm, aber es ist, schwingt halt auch hier ganz stark mit, dass es eben halt von ihm wichtig ist, jetzt eben halt einen Zyklus abzuschließen. Und darum haben wir hier so kummervolle Gedanken. Und er weiß halt auch, dass er quasi an der Reihe ist, eben halt etwas zu tun in deine Richtung. Darum kommt hier halt auch so diese doppelte Energie von Kummerkarte, also von 5 der Kelche. Und, äh, das ist eben halt auch dieses Gerangel, was er eben halt hier auch in sich hat, ne. Ja, das ist so ein innerer Kampf, den er da mit sich führt, ne. So von wegen, ich kann diese Person irgendwie nicht alleine lassen, ja. Ich muss ihr helfen oder Sonstiges, ja. Das kann jetzt vieles sein, da möchte ich jetzt gar nicht groß spekulieren. Das weißt du vielleicht am allerbesten. Auf jeden Fall kann er sich nicht so richtig lösen oder er hat sich noch nicht so richtig gelöst. Es ist aber auf jeden Fall für ihn an der Reihe, ja. Ähm, genau. Ich mache mal weiter, weil ich werde hier gleich nämlich fragen. Einmal für dich, was du loszulassen hast und einmal für ihn, was er loszulassen hat. Ähm, ich möchte da jetzt nicht weiter reingehen. Ich habe außerdem ja noch andere Ratelkarten, wie gesagt, hier liegen. Ähm, ich habe auch noch meine Lenis mitgebracht. Ich muss mal schauen, was mir jetzt gleich so entgegenkommt und wo ich jetzt irgendwie halt noch gleich was mit kläre. Aber jedenfalls schauen wir jetzt mal auf seiner Ebene, wie er auftritt, tritt, ja. Schaut mal hier, das ist die, das sind die Sechs der Kelche. Ja, das ist auch eine Karte aus der, ähm, aus Seelenverbindungen, äh, zeigen sich halt auch häufig die Sechs der Kelche oder eben halt zwei der Kelche. Also er denkt hier schon irgendwie so halt auch an die Vergangenheit. Er denkt auch irgendwie an seine Kindheit. Deswegen nehme ich halt auch hier mit der Herrscherin so wahr, dass es in der Tat, ähm, ja, um die Mutter zum Beispiel oder respektive Vater irgendwie gehen kann. Er hat auf jeden Fall hier eben halt auch Erinnerungen. Aber jetzt nicht nur, was diese Person auf der Gefühlsebene betrifft, sondern eher halt auch das, was ich schon sagte, ähm, in deine Richtung macht. Dass ich ja nun halt auch sehr, sehr viele Gedanken und hat da viel Kummer, ja. Also er schwelgt hier irgendwie so in Erinnerungen, eben halt an, in dem, was gewesen ist und wie es da so zwischen euch, ja, wie es so zwischen euch war. Und, ähm, irgendwie, ähm, habe ich hier irgendwie so eine Energie von, ihr seid zwar total eng verbunden, habe ich hier das Gefühl, aber irgendwie, ähm, geht es hier irgendwie nicht so weiter, weißt du, wie ich meine? Also, ähm, ihr seid verbunden, aber irgendwie nicht zusammen so. Also, also jeder ist da irgendwie so auf, auf seinem Platz so irgendwo, habe ich das Gefühl. Also wirklich so wie bei der Legung, du linkst eher rechts so unter dem Motto, ja. Was möchten denn die Sechs der Kerlche uns noch sagen? Aber wir hatten halt auch hier unterm Deck, ähm, den Ritter der Schwerter. Hier kann jetzt etwas ganz rasant auf, äh, dich zukommen oder auf euch zukommen, ja. Ja, also der Ritter der Schwerter ist der, der schnellste überhaupt. Ritter verkörpern ja Stimmungen und dann kannst du dir ja vorstellen, da kommt hier echt eine rasante Stimmung, eine rasante Energie hier auf dich zu. Also, ähm, halt dich schon mal fest. Ja, da haben wir zwei der Münzen, ja. Schau dir die Karte an, ja. Im Hintergrund haben wir hier aufgepeitschte Wellen, das passt ja auch zu seiner emotionalen Ebene. Äh, und hier ist eben halt ein Mensch, der zwei, ähm, Münzen hier hin und her jongliert, ja. Ja, also es ist auch nochmal so dieses, äh, von, ähm, er tänzelt halt auch hier auch von einem Bein auf dem anderen. Er ist so ein bisschen, er ist wankelmütig, ja. Ähm, das ist, ja, ein wankelmütiges Auftreten seinerseits, auch wenn wir hier eine Münzenergie haben, die ja, ähm, eine erdige Energie ist. Aber, ähm, das kommt hier eben halt mit dieser Karte überhaupt nicht so rüber, ja. Also hier ist, äh, wahrscheinlich eben halt das, was auf seiner emotionalen Ebene ist. Und hier bist du. Und das ist eben halt so dieses Abwägen, ja, was mache ich hin, her, links, rechts, ne. Er geht auch vielleicht ein bisschen zu spielerisch damit um, ja, kann auch sein. Also nicht ernsthaft genug, will ich mal sagen. Aber hier habe ich noch das Gefühl, weil eben halt diese Karte gekommen ist. Da möchte ich halt auch gerne nochmal zu zwei der Münzen, ähm, äh, zusätzliche Botschaft bekommen. Zwei der Münzen. Dankeschön. So, da haben wir den Bube der, äh, Schwerter. Und der Bube der Schwerter, das ist eine Karte, ähm, Schwerter symbolisieren das Denken. Das ist aber auch so das Klären, ja. Und hier die ganzen Wolken, das ist eben halt das, was er hier im Kopf hat, ne, der ganze Kummer, der da ist. Und den darf er erstmal klären. Und hier ist ja ganz viel los. Hier sieht man halt auch mit den Vögeln hier am, äh, am Himmel, ja. Das ist eben, wie gesagt, symbolisiert auch das Denken. Und, äh, letztendlich gar nicht mal so schlecht auf dieser Ebene, ne. Also irgendwo scheint er da schon zu spüren, ich bin da an der Reihe. Ja, ich muss erstmal hier meine ganzen Sachen klären. Und, äh, auch meinen, äh, Geist, äh, klären. Und das auf der Ebene, ähm, des Auftretens, ähm, ist das eben halt ganz gut, ne. Also dass er da quasi eben halt schon irgendwie so ein bisschen in die Puschen kommt, sag ich jetzt mal so, ne. Ähm, dass er eben halt weiß, ich bin es, ne. Ja, ja, finde ich nicht schlecht. Jetzt gucken wir mal hier mit dem Tod in der Mitte. Das ist ja, wie gesagt, die Karte, die euch verbindet. Und dann schaue ich erstmal für dich, ähm, was du loslassen darfst. Ich hatte das ja schon angedeutet, aber, äh, ich möchte gerne noch nähere Infos haben. Also irgendwie darf hier so der innere Schweinehund gezähmt werden, im Köpfchen und wie im, im Herzen. Aber was denn noch? Was muss denn noch unbedingt losgelassen werden? Für dich. Da ist sie. Aha. Okay. Boah, hier fallen unheimlich viele große Arcana-Karten, ne. Hier haben wir das Gericht. Also es ist letztendlich ein Weckruf für dich. Und, äh, ist ein bisschen komisch jetzt hier hinsichtlich, ne. Ich, äh, loslasse. Ich soll einen Weckruf loslassen. Ja, äh, eigentlich ist es wirklich dieser Weckruf eben halt loszulassen. Also das heißt, ja, diese, diese Energie von acht der, ähm, acht der Kraft, ja. Wie gesagt, die zeigt sich doppelt, so wie bei deinem Gegenüber eben halt fünf der Kerche doppelt sind. Also das ist eine Energie, spür mal da rein. Das ist schon kein Larifari. Das ist echt was ganz Intensives. Und du hast da noch eine große Arcana. Ja. Also da ist schon ganz schön mächtig was los in deinem Kopf und in deinen Gefühlen, ja. Und das soll ein Weckruf für dich sein. So unter dem Motto, ähm, ist dir da schon mal der Gaul durchgegangen? Ja. Du weißt, wie ich meine. Ist dir, ja, ist dir der Gaul da schon mal durchgegangen? Und ist dir da die, durch irgendwie so eine blinde Wut, durch eine, äh, Gedanken, dann bist du losgegangen. Nicht nur nicht einmal auf ihn. Nämlich halt wirklich auf deine Gedanken und deiner Emotionsebene. Ja, die Energie kriegst du ja übrigens ab, ne. Ganz klar. Und das ist ein Weckruf. Man könnte gleich sagen, hast du dir da schon mal etwas mit verbaut? Hast du dir da schon dadurch mal einen Stein in den Weg gelegt? Dadurch, dass eben halt der Gaul deine Emotionen, deine Gedanken durchgegangen sind. Dass etwas letztendlich dann rausgekommen ist, höh, so war das überhaupt nicht. Und ich habe das gedacht, ach du liebe Zeit, da habe ich ihm voll Unrecht getan. Ja, deswegen auch der Weckruf. Aber ich möchte, ich bin ja neugierig, ne. Äh, der Weckruf. Äh, ob wir da, ne, nicht ob. Ich hätte gerne natürlich noch zu dem Weckruf eine weitere Info. Eine weitere Botschaft, liebe Geistige Welt zum Weckruf. Bekommen wir da nochmal was Näheres rein. Beide Kraftkarten sind ja weg, ne. Müsste eigentlich ein neues Tarot-Deck nehmen. Aber nein. Ich habe mich jetzt für die beiden entschieden hier. Dabei bleibe ich halt auch. Ich gucke ja gleich noch mit weiteren Orakelkarten, was wir da wissen dürfen. So. Boah, schon wieder eine große Arcana. Mein lieber Scholli. So, jetzt haben wir die Gerechtigkeit. Ja. Und wenn so viele große Arcana-Karten fallen, das ist wirklich eine ganz, ganz starke Energie, muss ich euch sagen. Hier geht es wirklich darum, und das ist aber meine Antwort, die ich für euch gerne haben wollte, die ich euch gerne jetzt mit dieser Karte übermitteln kann. Trifft ein gerechtes Urteil. Also fair, verurteilt ihn nicht. Ich habe ihn da gesehen mit dem und dem und da war bestimmt das. Oder er hat das gesagt, das hat garantiert damit was zu tun und so weiter. Tja, vorsichtig. Vorsichtig. Ja. Das ist dein Weckruf. Hast du schon mal eine Entscheidung getroffen, die dann echt für dich letztendlich in eine total verkehrte Richtung gegangen ist? Der Weckruf. Also super gut. Super tolle Botschaften für dich. Ja, mein Lieber. Oh, andersrum. Mein Lieber, meine Liebe. Weiß ich ja nicht, wer das ist. Was darfst du denn loslassen? Was darfst du loslassen? Was darf beendet werden? Da wollen sich direkt zwei Karten zeigen. Die haben sich auch gedacht. Zeigen sich mal direkt zwei. Und zwar einmal die sieben der Münzen und der Hierophant. Also ich bin wirklich geflasht. Wieder eine hohe Arcana-Karte. Was darfst du loslassen? Ja, ganz klar. Eben halt hier mit sieben der Münzen. Abwarten ist jetzt nicht mehr. Handeln ist dran. Ja. Das ist hier eindeutigst. Ja. Und mit dem Hierophant. Sekunde mal eben. Ich habe ihm jetzt fast verschluckt. Habe ich wahrscheinlich jetzt irgendwie eine Blockade bei ihm angestupst. Habe ich ihn wohl angetriggert mit dem Hierophant. Ja, der Hierophant. Der ist ja halt auch eine Karte, der geht so in die Sinnfindung. Jetzt haben wir aber hier die Energie des Loslassens. Des Beendens. Vielleicht ihm halt auch wirklich zu sagen. Ja, ich vertraue mal da drauf. Wenn ich abwarte, dann wird alles gut. Nee, mein Lieber. Aber nicht so, wie das jetzt hier liegt. Also ganz ehrlich. Abwarten ist nicht mehr. Letztendlich weißt du das ja hier. Schau dir deine Gedanken an. Ja. Und letztendlich weißt du halt auch hier, beziehungsweise auf der Ebene des Auftretens, hast du ja den Bube der Schwerter. Ja, also beginne wirklich mal dein Köpfchen klar zu machen. Ja, also und abwarten ist jetzt nicht mehr. Und darauf hoffen und glauben und vertrauen. Es kommt wieder alles gut. Und es braucht vielleicht nur noch Zeit. Ja, ich meine das jetzt gerade so, wie ich das so zeige, nicht böse. Ich, ihr wisst ja mittlerweile, also, dass ich da so gerne mal meine schauspielerischen Qualitäten gerne mal preisgebe. Und hier kann ich das ausleben. Und ja, und deswegen bringe ich das so rüber. Und nicht so, ne, 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 so. Ihr wisst schon, ne. Ja, also, mein Lieber, mach dich mal für Socken. Hier liegt der Ritter der Schwerter. Das ist nicht hier sieben der Münzen. Das kann ich dir sagen. Da ist aber Rambuzambo in der Hose, hätte ich fast gesagt. Das wollte ich aber gar nicht so weit, ich dachte dabei nicht. Aber hier ist wirklich Action. Da ist nicht eben halt, ach, ich lege nochmal die Füße hoch. Okay, ich glaube, du hast das verstanden, ja. Was nehme ich jetzt nochmal? Was nehme ich jetzt nochmal? Ja, ich nehme mal hier die Karten aus dem Seelenpartner-Orakel. Da nehme ich nochmal eine Karte für dich, eine für ihn und eine für euch. Ne, ich mache erst mal so. So, genau. So. So, eine für dich. Die will sich hier unheimlich gerne zeigen hier, ja. Die nehme ich für dich. Leg die mal so hin. Jetzt kommt eine für deinen Gegenüber. So, und eine für euch zusammen. Da ist sie. Auch die lege ich erst mal so umgekehrt hin. So, schauen wir mal, was für dich hier sich zeigen möchte. Ja, da haben wir natürlich auch nochmal die Kraft letztendlich so im positiven Sinne. Das ist die Nummer 5. Ja, vielleicht hat das so eine spezielle Bedeutung für dich, die Nummer 5. Und, äh, also. Zeige kleine Gesten der Freundlichkeit. Eine einfache Geste der Freundlichkeit kann dir neue Kraft schenken und deine Mitmenschen glücklich machen. Hm, schauen wir mal, was dein Gegenüber für eine Karte hat. Das ist die 38, ist dann die 11. Hm, Ehrlichkeit ist entscheidend. Oh, yes. Wenn wir ein liebevoller Mensch sein wollen, dann müssen wir wahrheitsgemäß und liebevoll sprechen. Ja, vielleicht gab es da in der Tat eben halt Unehrlichkeiten. Deswegen nehme ich das irgendwie nicht so wahr, dass ihr, wie gesagt, verbunden seid, aber eben halt nicht zusammen seid. Vielleicht auch keinen Kontakt habt. Kann gut sein, ja. Und, ähm, ja, das wäre natürlich schön. Und es geht dann wahrscheinlich eben halt auch hier um die Herrscherin, ja. Um eben halt da mal zu sagen, was ist denn jetzt hier mit der Herrscherin? Kannst du mir mal, äh, jetzt mal ehrlich was dazu sagen? Das ist also schon eben halt ein guter Hinweis für das Gegenüber, ne. Ja, und die gemeinsame Karte ist die 3. Zurück zu dem, was du liebst. Dein momentaner Prozess gibt dir Gelegenheit, neu zu gewichten, was du willst. Zurück zu dem, was du liebst. Dein momentaner Prozess gibt dir Gelegenheit, neu zu gewichten, was du willst. Also, werde dir klar darüber, was du willst. Ja, dann haben wir hier noch, ähm, das Engel der Lieb-Orakel. Genau. Auch da mache ich es so wie mit den Seelenpartner-Karten. Eine für dich, eine für ihn, eine für euch beide. So, eine für dich. Ist ja schnell gekommen, ne. Mal gespannt. Ach, tulige Güte. Ganz viel Liebe. Er möchte wieder nicht. Also, es ist ja unfassbar. Hallo. Eine Karte bitte. Auch vielen Dank. So, und eine auf euch beide. Mal sehen. Da ist sie. So, ich fange wieder bei dir an. Lass deinen Ex-Partner los. Die Zeit ist gekommen, deine Energie zu klären. Also, bei dir ist auch noch nicht ganz etwas frei. Ja? Ja, das ist ja gerade, was ich schon gesagt habe, ähm, dass dein Gegenüber in dir diese Gedanken, diese Gefühle eben halt auslöst, aber eben halt meistens von einer ganz, ganz anderen Stelle her rühren, dass du, ähm, ja, dass deine Pferde eben halt dein innerer Schweinehund sich meldet und da loskrakelt und sauer und was weiß der Henk gar nicht alles ist, ja. Und, äh, das kann eben halt mit Ex-Partnern zu tun haben. Vielleicht hast du da in der Tat noch etwas, ähm, wo du hinschauen darfst, was losgelassen werden darf, ja. Und ich meine, du bist ja dabei. Das freut mich ja eben halt. Aber sei dir eben halt im Klaren, da ist noch was in dir. Ja? Schauen wir mal bei deinem Gegenüber. So. Die hatte ich schon gesehen. Und zwar Kinder. Kinder haben Einfluss auf dein Liebesleben. Also Kinder sprechen auf jeden Fall erstmal von auch einem Neubeginn, ja. Aber es kann ja tatsächlich halt auch bei deinem Gegenüber um Kinder gehen. Wenn er Kinder hat, wenn er kleine Kinder hat, dann ist es immer nochmal besonders schwierig. Natürlich halt auch mit erwachsenen Kindern kann es Probleme geben. Ich hatte ja gesagt, die Herrscherin kann auch eventuell, ja, eine erwachsene Tochter sein, wo, ähm, wo er sich irgendwie verpflichtet fühlt, wie auch immer. Wo es Thematiken gibt, wo er nicht loslassen kann. Und, ähm, ja, auf jeden Fall ist eben halt das Thema Kinder hier bei ihm ganz großes, ja. Aber auch ein Neubeginn. Das ist ja schon mal schön. Und was ist die Energie? Eure gemeinsame Energie? Ja, okay. Hm. Gib dir Mühe. Große Liebe ist es wert, dass du deiner inneren Führung folgst und entsprechende Schritte unternimmst. Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, ist zwar eure gemeinsame Karte, aber, hm, was meint ihr denn, wohin die wohl tendiert? Wart nicht ab, gib mal Gas. Bei dir, gib dir Mühe, eben halt hier wirklich dein Schweinehund die Ketten anzulegen. Ich habe ja heute wieder äußerst interessante Bilder. Okay. Okay, so, dann habe ich noch so, zu guter Schluss, äh, zum, oder zum guten Schluss. Ich habe zwei Orakeldecks noch hier liegen. Hm, 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 hm. Ich gucke mal, ob, ich muss mir mal eben hier drüber legen. Ich weiß jetzt, wie lange ich genau die heißen. Genau, das, äh, Universum schenkt dir alles. Da nehme ich jetzt einfach nochmal eine Karte für euch gemeinsam. Ich habe auch nochmal die Weisheitskarten für Lebensentscheidung. Aber, ja, ich nehme erst mal die immer schön eins nach dem anderen. Schauen wir mal, was ich jetzt hier zeigen möchte für euch. Was das Universum euch denn alles schenken möchte. Ich glaube, das sind mehrere, aber ich muss mal gucken, wie viele. Okay, zwei Stück sind in Ordnung. So, da haben wir einmal. Wenn ich Freude zu meiner obersten Priorität mache, werde ich von allen Seiten unterstützt. Die Ideen fliegen mir zu und die Dinge kommen in Bewegung. Schön, ne, mit den Blümchen. Was sind denn das überhaupt? Ja, da kenne ich mich nicht so gut aus. Ich hatte erst gedacht Enzian, aber dafür hat er zu lange Stängel, zu lange Stiele. Aber so von der Form, ne, der Blüte könnte das glatt sein. Naja, vielleicht kennt ihr die. Das ist halt so eine Krematis oder was. Ich kenne mich wirklich nicht aus. Ich bin nicht so die Gärtnerin. Aber es könnte gut sein, ne. Weil Blumen haben zum Beispiel ja auch ihre Bedeutung, ne. Ich weiß sie jetzt nicht, aber ich gebe mal ganz gerne da so den Hinweis, dass du da auch googeln kannst, ne. So unter dem Motto, wenn du die Blume erkennst, wie gesagt, tut mir leid, ich kenne sie nicht. Aber wenn es wirklich so eine Klimatis zum Beispiel ist, das ist ja so eine Kletterranke, dann kannst du da mal googeln, was die für eine Bedeutung hat, was die für einen tieferen Sinn hat, ja. Dann haben wir, an meine geistige Führung zu glauben, schenkt mir Sicherheit und die Freiheit, weiter zu träumen. Auch dann, wenn ich noch nicht weiß, was dabei herauskommt. Oh, super. Super, super. Die gibt doch sehr große Hoffnung, finde ich. Ja, die Weisheitskarten für Lebensentscheidung, die lasse ich, weil ich habe überhaupt gar kein Draht dazu. Ich habe sogar heute zu meinen geliebten Lennys, da habe ich natürlich immer den Draht zu, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich sie hier mit einbinden soll. Das meine ich damit. Und von daher denke ich, das war's. Und ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende und eine schöne Sommer-Sonnenwende. Das haben wir ja am Montag, den 21.06. Und bis dahin, wir sehen uns bald wieder. Die Tina. Tschüss. Tschüss.